Kernkraftwerk. Es geht los, Alter. Es geht ab. War das schon immer? Nicht komplett Vollbild? Bei dem Level schon. So, hallo und herzlich willkommen zu Anime Chicken Wars. Mit Leon, mit Marcel und mir. Wie geht das Spiel nochmal? Du setzt Sachen hin. Dann springst du so ein bisschen rum. Ich verstehe, verstehe. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und Niklas fällt gleich schon runter. Leon, geh mal ein kleines Stückchen weiter von deinem Mikro weg, bitte. Ernsthaft? Ich bin halt gar nicht so nah da dran. Ich finde, du hörst dich näher an als Marcel. Das kannst du sagen. Ich bin ja immer irgendwie komisch eingestellt. Warum gibt es eigentlich nie Sachen für mich? Es sind immer nur Sachen für Leon. Das kommt mir glaube ich nur so vor. Können wir irgendwas zusammen machen? Ich mach das hier, Alter. Vielleicht finden wir Kleber. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Basti ist leider nicht da. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Letzter, aber... Also bis jetzt sieht es ganz gut aus für dich, Niklas. Wow, dankeschön. Leg Sachen wegmachen. Äh? Das ist echt lange nicht gespielt. Das heißt, dass das dann aufgeht ist. Ja. Ja. So, Junge. Gut geplaced. Ohohoho. Hiiii. Ah! Ja. Ähm. Ja. Geh dich umbringen, Alter. Ey, das kann man selbst schaffen. Hat er's? Meint ihr das rechts hier hat Hitbox? Oh, ja okay. Das hat so Hitbox. Oh, das hat so Hitbox. Krass. Ich bin mir nie sicher, ob was hier... Was hier Dings ist und was Dings. Ich hab das schon so oft gespielt, ich weiß eigentlich alles. Ah. Ah. Das Spiel hat so Delay, ne? Du bist voll getroffen. Zu einfach. Keine Punkte. Traurig. Guck mal, da hätte ich mich fast bewuselt, Junge. Wenn du da oben bist, kriegst du erstmal so einen Papierflieger in die Fresse. Ja. Perfekt. Was ist das? Teleporter, aber der hat keine zweite Seite. Ah. Wer hat denn da ein Brett hingemacht? Äh. Och. Alter. Junge. Habt ihr meinen frischen Look eigentlich gesehen? Guck, Papierflieger in die Fresse. Ich hab einfach aus Versehen mit meinem Steuerknüppel zu weit nach oben gezielt, beim nach rechts laufen. Dann ist er einfach stehen geblieben und hat nach oben geguckt. Mit deinem Steuerknüppel. Was? Oh, Kleber, Kleber. Klaus Kleber. Kleber? Was macht ihr bei Kleber? Kleben. Wo soll ich das rein? Lass das hier oben rotieren, Alter. Wie rotieren? Drück mal, drück mal einen von den Triggern hinten. Ich spiel mit Tastatur. Bro, dann irgendwie E oder Q, glaub ich. Ah, scheiße. Okay, dann musst du das hier an den Rand machen. Der Kleber muss da dran gehen. So? Ja, ja. Ja. Top, Leute. Ich merk schon. Wir haben es nicht verlernt. Da. Der steht nicht verlernt. Da. Der steht nicht verlernt. Ah, nein! Und? Du bist so ein Hurensohn, Alter. Wer packt denn das da hin? Wer packt denn das da hin, ey? Ich bin der Underdog. Das Helds Tod war auf jeden Fall am besten, Junge. N paar Mal auf jeden Fall. Das ist so ein Tastatur. Ich weiß, wo ich das hin packe. Ich glaub da geht es nicht mehr an den Knicks. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur gucken, wo ich das hin packe. Also ich guck nach oben. Habt ihr meine, ich zeige mal kurz? Der Pink Cape. Dap, 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 dap. Dap, 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 dap. Alter. Haha, tschau, Leute. Ich tänze hier mal durch, Alter. Tschüss. Kleber. Da kann ich das leider nicht hinmachen. Schießt du das jetzt gegen die Wand? Kannst du skrotieren, oder? Niklas? Ne, ja, so könnte ich skrotieren. Der Tetris-Gott, Junge. So? So. Oh Gott, das ist wie komplett clusterfuckiert. Oh wait, what? Ich versteck mich hier. Aber die Säge ist halt irgendwie falsch, um da die eine. Ja. Alles cool bei dir, ne? Ärgerlich. Ne, aber... Oh. Passiert den Besten, ja. Grim. Nice. Können die Papierflieger einen eigentlich töten? Ne. Ne, ne. Nur wegstoßen. Aber die geht nicht weg. Aber die geht nicht weg. Ach. Bro. Reaktionszeit von der Gurke, Alter. Alter! Leck mich. Eier! 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 Dab und dem Hater ist, Junge. Bam, bam! Zack, zack, zack! Zack, zack, zack. Wir sind tot. Aber ich glaube, ich habe das Pfeil-Ding geblockt. Oh, ne. Ich? Äh... Niklas, geht vor. Boah. Äh... Okay, warte mal. Man wird ziemlich reingezogen. Hatt ich ziemlich reingezogen, sagst du? Ja. Ist halt ein schwarzes Loch, ne? Oh, shit. Oh, Junge. Not bad. Ich weiß nicht, ob das links, äh, rechts geht. Ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher. Mehr... Ja. Mehr Sperma. Genau. Mehr... Sperma. Alter, können wir nicht? Guck mal, weil... Also wenn wir das schwarze Loch genau dagegen packen, können wir dann nicht... Fliegt der Pfeil dann gerade wieder? Locker nicht, Alter. Ja. Warte mal, okay. Also hier dann eins... Zwei... Frei... Und dann hier, oder? Sehe ich das richtig, ne? Okay. Ja, sorry, ich trag auch Brille privat, ja. Und nicht privat? Auch. Auch. Ich seh schlecht, Niklas. Das hat auch nichts damit zu tun, wo ich bin. Ja, es funktioniert, Alter. Ich... Ich steck fest. Ah. Alter, du kannst... Ich komm... Ich kann nicht dagegen andrücken. Ah, jetzt muss man auf das Timing mit der fucking Abrissbirne warten, ne? Das ist natürlich... Hm. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Könnte eng werden. Alter, was du mit dem Papierflieger da liegst los. Ich hab's gedreht. Ich dreh durch, Junge. Nein? Ne. Ich fand's gut. Wenn ich den so dahin packe, kannst du links dagegen springen, oder? Oder so? Ja, 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 so... Ja? Sollte passen, eigentlich. Was ist dein Tanz, Marcel? Ah! Ja, wie tanzt man denn? Dreieck. Y. Okay. Wow, okay, ja. Ich hab in meinem Kopf einfach dagegen gehauen, Alter. Das brickelt. Ja, guck, das war ne gute Idee. Oh, Junge, der Papierflieger da links wird auch komplett denied. Nö. Voll gemein. Wait, das heißt, man kann Papierflieger mit dem schwarzen Loch auch beeinflussen, dann kannst du ja so welche, die schräg nach oben fliegen machen. Ne, ich glaub, die gehen kaputt. Nö, also ich hab grad jemanden gesehen, der schräg nach unten ging. Jemanden? Ja. Mr. Papierflieger. Junge, 15 von 15 Levels freigeschalten. Ja, die sollen mal was neues bringen. Der, der Übersetzer hatte richtig Bock. Das ist doch nicht richtig, oder? Freigeschalten? Freigeschalten? Doch. Doch. Nein, man, das ist jetzt freigeschaltet. Hm. Fick mich doch nicht. Ich kenn beides. Ach man, Junge. Hm, das ist wahrscheinlich so ein neues und altes Deutsch-Ding oder so. Hier, wolltest du nicht Wasser voll machen? Wow. Alter. Bullen das und dann canceln wir, Leute. Ne, ne. Ich spiel das. Digga, ich will die Rotze nicht spielen, Mann. Digga, ich will die Rotze nicht spielen. Ja, ist ja auch so. Kein Block vom Hustle. Kleiner Bastard. Ja. Oh. 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 Ah, nein. Oh. Wir müssen das Paket holen. Leon. Okay. Ich dab mein Weg dahin, oder? Ja. Ich hab's so gut. Wow. Weißt du, ein scheiß Level für Masi? Bitte? Ein Level bekommen? Ja. Eisberg. Hä? Wie du bist das denn, Alter? Ja. Aber du bist schon ein Host, oder Niklas? Ja, ich bin ein Host. Komisch. Komisch. Du bist komisch. 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 Boah. Da war mal Klopp hier bei mir, ey. Zack. Bump. Haut euch runter. Ich bin für den Schlagen-Modus. Scheiße. Mann, Junge! Das ist so dumm. Guck mal, der Kleber hängt an der Seite. Ja? Aber wenn du oben drauf stehst, zählt es trotzdem als im Kleber sein. Das ist so dumm. Weißt du noch, wie wir versucht haben, die ganze Zeit etwas gleichzeitig zu greifen? Ja, ja. Ich schwöre, wenn man das gut genug macht, kann man das schaffen. Ja. Wir könnten es jetzt probieren. Ohne Basti. Ne, warte. Okay. Nein! Ich hab auch nicht wirklich Ascension geplayt gerade. Ich muss mein Headset grad fixen. Sorry. Die Metallfabrik ist voll scheiße. Ich bin gar nicht so schlecht. Ja, du hast ja auch keine Ahnung. Du hast das auch noch nicht so lange gespielt wie wir. So oft. Hä, und das heißt, dass ich Maps nicht gut finden darf oder was? Doch, aber du hast keine Ahnung, was eine gute Map ausmacht hier. Okay. Alter, drück mal, Niklas drück mal L1 und R1 gleichzeitig. Du kannst die Kamera irgendwie umstellen. Ich kann allen Spielern folgen oder nur den lokalen Spielern. Ich glaub ich mach mal nur Lokale. Gucken. Ich glaub ich nicht. Oh no. Help me. Okay. Alter, dieser scheiß Honig, ne? Das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Dickstein. Können mich halt echt komisch. Der von dem Chameleons, Junge. Ey. Masi. Masi. Galt. Keine Ho. Die Fakten ist aber das Dümmste, was ich hätte nehmen können. Okay. Ho. Boah. Masi. Du musst ihn töten. Töte ihn. Das Gute gewinnt doch immer am Ende. Ja. Sehr gut. Hä? Nice. Bom. Alter, war ich noch auf dem Kleber drauf oder bin ich einfach richtig scheiße gesprungen? Du bist einfach scheiße. Das hat sich komisch. Das hat sich komisch angefühlt. Help. Du musst sprinten beim Wand springen, Marcel. Ach, ich muss sprinten? Ja. Du springst die ganze Zeit in der Herre richtig komisch. Oh man. Easy. Hä, wer ist denn in meine Falle gelaufen? Ich glaub das war Niklas, ne? Ja, ich wurde von der Treppe erschrocken. Die Treppe ist doch keine Falle, ja? Das war meine Falle, Alter. Ja, so bringt's leider nichts. Sagste? Ja, also du kannst die ja nicht auslösen. Du kannst an die Seiten springen. Ja, okay. Je nachdem wie gute Hitboxen sind, killst du dich vielleicht selbst wenn du auf die Seiten springst. Alter. Alter. Oh lol. Ich hab gar nicht darauf geachtet, Alter. Ja. Ja. Talent Schule freigeschaltet. Geil, Achievement. Alter. Alter. Man, ich hätt's schon zweimal nach Hause holen können jetzt. Zweimal nach Hause holen. Jetzt sind wir also jetzt komplett weg? Help! Was? Bin ich tot? Ne, okay. Da war der Boy auf dem Roadscreen, Junge. Jetzt hör ich wenigstens wieder auf beiden Ohren. Geil. Ist das schon was? Loil, warum ist das jetzt weiter? Ach ne, ach. Loil. 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 Uah. Nein, ach Mann. Ey, ich stecke jetzt zwischen den beiden. Echt jetzt. Oah. 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 Easy clap, Solla. Woa, guck der ist am. Ey, wie hab ich nur einen Fallenpuck bekommen? Sollen die nicht beide durch die Faust verreckt? Ne. Ne, ich bin einfach runter gesprungen. Ach so. Auch okay. Na gut, das war's mit Titan Team Made Chicken Haus. Na gut, das war's mit deinem Team Magic. Tschüss. Tschüss.